Hallo und guten Morgen. Wie ich ja bereits in meinem letzten Video angekündigt habe, wird heute ein kleines Notprogramm produziert, da ich immer noch auf die Aluminiumteile für mein Hochspannungsnetzteil warte. Und ich habe mich entschlossen, heute über Bildröhren zu reden, und zwar über bekannte und weniger bekannte Typen. Ich fange an mit der ehemaligen deutschen Wehrmacht, über reguläre westeuropäische Röhrentypen, also Bildröhren, hin zu DDR-Typen, USA-Typen und zum Schluss speziellen Bildröhren für Sonderanwendungen. Doch zuerst mal die Frage, wie hat der ganze Zauber überhaupt angefangen? Angefangen hat alles 1897 mit Ferdinand Braun. Dieser hat sich gefragt, wahrscheinlich angeregt durch die krokischen Röhren, ist es möglich, die Leuchterscheinung der Kathodenstrahlen unter Umständen abzulenken, mithilfe einer anderen Spannung. Der Begriff Kathodenstrahlen stammt noch aus der damaligen Zeit, weil man gesehen hat, dass am negativen Pol halt ein grünlich-bläuliches Licht entsteht, und man nannte diese Kathodenstrahlen. Der Begriff ist bis heute hängen geblieben. Man wusste natürlich damals noch nicht, dass es sich hierbei um die Stoßionisation handelt. Das wurde ja später entdeckt, aber wie gesagt, dieser Begriff ist hängen geblieben und noch heute sagt man Kathodenstrahlröhre für die Bildröhre. So, das ist die besagte Röhre, die von Braun entwickelt wurde, wahrscheinlich um 1897. Man sieht, wie gesagt, den Schirm, die relativ große Röhre selbst, die Ablenkplatten, das ist die Anode, und hier am Schluss sieht man die Kathode mit der typischen Dauform der damaligen Zeit und der Pumpstutzen. Oder wie es auf einer Aktionenplatzform heißen würde, mit Spitze! Wie gesagt, dieses Bild ist aus der Wikipedia und so sieht die Röhre in echt aus. Ich habe gerade zufällig eine. Man sieht, wie gesagt, die Klimaplatte. Das ist der gesamte vordere Körper für die Anode. Das sind die Ablenkplatten. Diese Bildröhre konnte nur in eine Richtung abgelenkt werden, nämlich nur vertikal. Die horizontalen Ablenkplatten kamen erst später, ungefähr 1900, muss jetzt lügen, 1902, 1904, wie die Idee aufkam, diese Art der Röhre unter Umständen für Bilddarstellungen zu verwenden, also die erste Form von Fernsehen. Und man sieht bereits die Anode, den Wellnetzzylinder und die Kathode selbst. Ich zeige gleich noch einige Detailbilders. Im Prinzip sind schon alle Elemente vorhanden, die auch in modernen Bildröhren enthalten sind. Und natürlich den Pumpstutzen. Diese Röhre wurde handgefertigt. Sie ist ungefähr 65 Zentimeter lang und wiegt so ungefähr gefühlte 2 Kilo. Also sie ist schwer. Das ist eine Detailaufnahme der Kathode. In den ersten Röhren waren die Kathoden typischerweise als einfache Scheibe ausgelegt. Das hier ist der elektrische Anschluss. Hier sieht man schon einen Teil des Wellnetzzylinders. Das ist eine seitliche Aufnahme der Kathode. Ob es sich hierbei jetzt um eine Lötung oder um eine Quetschung handelt oder eine Mischung von beiden, kann ich nicht wirklich sagen. Also ich weiß nicht, welche Methoden bei der Produktion benutzt wurden. Das ist eine Detailaufnahme des Pumpstutzens. Auch hier ist schön, die Hinterseite der Kathode zu sehen. Die Röhre ist wie gesagt nicht evakuiert. Es handelt sich um eine Ionisationsröhre. Der Druck ist noch zur damaligen Zeit sehr schlecht, also nur ein sehr schwacher Unterdruck. Die Röhre ist auch nicht mit Gas gefüllt, sondern enthält die reguläre Atmosphäre, also Stickstoff, Sauerstoff. Es gibt kein Datenblatt. Laut Quellen im Internet soll die Röhre mit mehreren 10.000 Volt betrieben worden sein. Was hinkommt, wenn halt wie gesagt nur ein sehr schwaches Vakuum herrscht, müssen natürlich dann die emittierten Elektronen natürlich mehr oder weniger mit Gewalt nach vorne geprügelt werden. Das ist eine Detailansicht der Elektrode für die Kathode, sowie die Lötung, Klammer auf, Quetschung, Klammer auf, was auch immer. Das hier ist der Wellnetzylinder. Der Wellnetzylinder gibt es auch noch heute. Dieser ist gegenüber der Kathode leicht negativer geladen oder im schlimmsten Fall als auf Kathodenpotenzial. Der Sinn dieses Zylinders ist, den Elektronenstrahl wieder etwas zu bündeln und zu fokussieren. Weil der Elektronenstrahl wird durch die Anode angezogen und muss halt wie gesagt durch dieses kleine Löchlein und durch die negativere Ladung wird er wieder gebündelt. In modernen Bildröhren wird der Wellnetzylinder auch benutzt, um die Helligkeit einzustellen. Weil wenn ich den Wellnetzylinder sehr stark negativer mache als die Kathode, kann der Elektronenstrahl komplett gesperrt werden, also auf Null gelegt werden. Das ist die Vorderansicht. Man sieht das gestanzte Loch. Das ist in der Realität ungefähr, ich schätze jetzt mal so drei Millimeter ungefähr groß. Das hier ist eine Seitenansicht des Wellnetzylinders. Auch hier sieht man die etwas wie soll ich jetzt sagen mundgeblasene Lötung keine Ahnung. Die Kappe ist abgefallen. Das ist eine Seitenansicht. Man sieht hier wieder den Wellnetzylinder und die Anode. Das ist nochmal der Wellnetzylinder von vorne. Das ist die Anode. Die Anode formt wie gesagt einen Elektronenstrahl als Strich. Das sind die beiden Ablenkplatten. Auch hier geht noch dasselbe Prinzip wie bei den modernen Bildröhren. wenn beide Platten elektrisch neutral sind also dieselbe Ladung haben erfolgt keine Ablenkung und der Elektronenstrahl passiert die Ablenkung ohne die Platten ohne Ablenkung und erst wenn die Platten eine unterschiedliche elektrische Ladung haben ist es möglich den Elektronenstrahl entsprechend dann nach oben oder unten abzulenken. Das ist eine Detailansicht der Platten Das ist ebenfalls Detailansicht mit dem elektrischen Anschluss der bereits korrodiert ist weil die Röhre ist wie gesagt ungefähr 125 Jahre alt. Auch hier wieder eine Seitenansicht Das ist die Röhre in kompletter Länge Jungs die Hand gehört meinem Mann der war freundlicherweise mein mein lebendes Stativ Aber schön ist jetzt wie gesagt den Aufbau zu sehen Kathode Wellnetzzylinder Anode Ablenkplatten und Anode beziehungsweise Leuchtschirm Das ist nochmal eine Detailaufnahme der oberen Systems Das ist die Anode also der Zylinder der Anode Das ist nur gestanztes Blech Ich bin auf meiner Seitenansicht der Ablenkplatten Und jetzt kommen wir zum Leuchtschirm Der Leuchtschirm besteht aus Klima Ob dieser beschichtet ist kann ich leider nicht sagen auch weiß ich nicht welche Farbe der Leuchtschfleck hatte Es gibt wie gesagt kein Bild in Betrieb Eventuell werde ich mal versuchen irgendwann die Röhre in Betrieb zu nehmen aber wie gesagt das ist nur eventuell das ist die Bildröhre von vorne also die Klimaplatte von vorne man sieht alles ist mit Glasstreben gehalten das Ganze wirkt auch sehr fragil und mich wundert es so ein bisschen dass die Röhre die 125 Jahre durchgehalten hat so aber das sind jetzt wie gesagt das ist die historische Röhre das Bild aus der Wikipedia lösche ich wieder weil es gehört nicht zu meiner Datenbank und wir unterhalten uns jetzt weiter über die etwas moderneren Röhren denn wir fangen an mit der deutschen Wehrmacht der ehemaligen deutschen Wehrmacht mit der LB7 von Löwe Obta ich fange deshalb mit dieser Röhre an weil diese Röhre hat einen sehr offenen Aufbau und sie ist sehr schön zu sehen wie die Röhre aufgebaut ist mit allen Elementen die es bis zum heutigen Tag gibt und das muss man jetzt hier in klein angucken das kann man sich auch in groß angucken LB LB LPL LB 14 LB 7 haben auch gesagt ja das ist der Postbot bin sofort wieder da So bin ich wieder. Man sieht wie gesagt alle Elemente der Röhre. Nämlich wie gesagt hier oben ist die indirekt geheizte Kathode. Hier ist der Wellezylinder. Hier ist die Fokusier-Elektrode. Das ist die Beschleunigungsanode. Entschuldigung die erste Anode. Wieder eine Fokusier-Elektrode. Dann kommt die vertikale Ablenkplatte und dann kommt die horizontale Ablenkplatte. Bei fast allen Röhren ist die vertikale Platte zuerst, weil die vertikale Platte die höhere Empfindlichkeit hat, weil an dieser Stelle der Elektronenstrahl noch relativ langsam ist und somit besser auf die Ablenkung reagieren kann, während der Elektronenstrahl auf der horizontalen Ablenkung schon beschleunigt ist und schlechter reagiert. Also die Y-Platte hat somit eine höhere Empfindlichkeit. Das Ganze sieht im Schaltbild dann so aus. Ich habe hier natürlich meine Röhrenheizung. Ich habe hier meine indirekt geheizte Kathode. G1 ist in diesem Fall der Wellezylinder. G2 ist die besagte Fokusier-Elektrode. A1 ist die erste Anode. Das ist diese hier. A2 ist die Beschleunigungsanode. Und in diesem Fall ist die Beschleunigungsanode die Grafitbeschichtung. Also die Grafitbeschichtung der Röhre ist die Beschleunigungsanode. Bei neueren Röhren hat dieser auch einen eigenen Anschluss am Kolben aufgrund der Hochspannung. Diese Röhre von Opta arbeitet bei ungefähr zwischen 500 und 800 Volt. Also noch einigermaßen moderat. Das ist eine Spannung, die ich noch mit einem Stahlröhrensockel einigermaßen beherrschen kann. Und natürlich am Schluss ist die Ablenkung. Also die Messplatten ist die vertikale Ablenkung und die Zeitplatten ist die horizontale x-Ablenkung. Also die Messplatten sind diese zwei und die horizontale Ablenkung ist das hier, also die untere. Und danach geht es dann im freien Fall zur Leuchtschicht. Hier das Ganze ein bisschen etwas größer. Hier ist der Anschluss der Kathode. Es kommen noch die Teilbilder. Hier ist der besagte Wellnetzzylinder. Den habe ich gleich noch im Detailbild. Dieser hat das kleine Löchlein, um den Elektronenstrahl erstmalig zu fokussieren und auch unter Umständen die Helligkeit anzustellen. Das ist die Fokussierelektrode G2. Das ist die Beschleunigung, die erste Anode. Ich sage immer Beschleunigungsanode ist sie selber nicht. Das ist die erste Anode. Dann kommt nochmal eine Fokussierelektrode. Die ist auf dem selben Potential wie G2. Und dann kommt, wie gesagt, die Messplatte, also die y-Ablenkung. Und hier ist die Zeitplatte mit der x-Ablenkung. Das Ganze noch mal ein bisschen größer. Auch sieht man, dass das System von einer Keramik gehalten wird. Hier ist die y-Platte im Detail. Hier sieht man jetzt auch den Austritt der zweiten Fokussierelektrode. Das ist eine Detailaufnahme vom System selbst. Hier ist, wie gesagt, die zwei Heizfänen. Die Glasisolation der einzelnen Drähte. Das hier ist die x-Ablenkung, also die Zeitplatten. Das hier ist die Messplatte und y. Das ist ein Blick ein bisschen schräg von oben auf die Leuchtschicht. Das ist nochmal eine Systemansicht. Hier etwas vergrößert. Wie gesagt, hier ist die Anode. Das ist die zweite Fokussierelektrode. Hier ist die Messablenkung, also y-Ablenkung, x-Ablenkung. Das obligatorische Tatü-Tata. Und seitlich natürlich die Graphitbeschichtung für die Beschleunigungsanode. Das ist die x-Platte im Detail. Das ist die y-Platte im Detail. Hier ist, wie gesagt, der Ausgang der Fokussierelektrode. Hier ist der Ausgang der Anode. Das ist der Anodenzylinder, also die A1. Fokussierelektrode. Das ist das Potenzial von G2. Das ist jetzt ein bisschen verschoben. Hier sieht man den Ausgang des Wellnetzylinders. Hier nochmal das Kathodenröhrchen und der Wellnetzylinder. Das ist nochmal eine Detailaufnahme vom System. Das ist der Stahlröhrensockel der Röhren. Ob man eine Systemansicht erweitert. Ich versuche immer mehrere Bilder zu machen, um halt die Reflektion ein bisschen in Schach zu halten. Was bei Röhren immer ein bisschen schwierig ist, weil man fotografiert Spiegel. Das ist nochmal eine Detailaufnahme der beiden Ablenkplatten. Hier unten ist der Eingang zur y-Ablenkung. Und um 90 Grad ist natürlich dann die X-Ablenkung versetzt. Das ist die Röhre am Stück und der obligatorische Blick komplett auf die Leuchtschirme. Weiter geht es mit der LB1. Die LB1, LB2 und LB8 haben die Funktion, dass sie im laufenden Betrieb mehr oder weniger ausgetauscht werden können. Von vorne, also ohne das Gerät zu öffnen. LB1, das ist die LB1, die sie von Telefunken produziert. Die Röhre selbst ist leider sehr gut geschirmt, insofern nur relativ äußerlich zu fotografieren. Man sieht aber sehr schön die Glasröhre schon um die Drähte zu isolieren. Man sieht das Getter. Die Röhre ist von der Wehrmacht geprüft worden, die vierte Woche des Jahres 1944. Vom BAL 1964. Woher dieser Sticker kommt, kann ich jetzt nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, dass die in der Nachkriegszeit weiterverkauft wurde. Und geprüft wurde. Also wie gesagt, keine Ahnung. Das ist der Sockel der Röhre. Wie gesagt, diese Röhre ist ausgelegt, um sehr schnell gewechselt zu werden. Praktisch in der laufenden Operation. Heute würde man wahrscheinlich sagen, das ist eine Schnellwechselröhre. Deshalb ist der Sockel sehr einfach aufgebaut. Also sprich, es gibt kein Haltezapfen. Haltezapfen ist am Kopf der Röhre. Das ist nochmal die Detailansicht der Kathode, sobald es sichtbar ist. So, und das ist jetzt der Kopf der Röhre. Dieser enthält einen aufschraubbaren Zylinder. Ich kann nämlich verschiedene Einlagen in die Röhre machen, um diese für verschiedene Zwecke nutzen zu können. Zu den Einlagen kommen wir gleich. Und man sieht diesen Haltezapfen, den ich rausklappen kann, um die Röhre direkt rausziehen zu können und neu einsetzen zu können. Seitlich sind auch die beiden Haltezapfen zu sehen, die die Röhre arretieren. Und zum Schluss, wie gesagt, der Blick auf die Bildschirme. Allerdings, hier wurde keine Einlageplatte verwendet, sondern hier wurde mit einem Edding die Markierung selbst gemacht. Ob es zu Kriegszeiten war oder nachträglich, kann ich leider nicht mehr sagen. Wir machen mal weiter mit der LB2. Das ist eine Polarkoordinatenröhre. Also sie hat die entsprechenden Einlagen. Die LB2 wurde auch von Telefunken produziert. Ist auch gut geschirmt. Man sieht jetzt oben, wie gesagt, die beiden Götter. Die mit Glasröhrchen isolierten Drähte. Sowie die beiden Haltezungen, die das System mittig im Kolben fixieren. Derselbe Sockel. Auch ist nur zu sehen, wie gesagt, ein Teil der Kathode und die Heizfäden. Das ist, wie gesagt, auch der Kopf der Röhre. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass hier eine Kunststoffplatte eingelegt ist, die gewechselt werden kann. Nämlich die Platte enthält diesen Aufdruck. Auch diese Röhre ist, wie gesagt, über den selben Mechanismus wechselbar, also rausziehbar und wieder an neue Röhre einsteckbar. Die Röhre ist mit einer Vergussmasse fixiert innerhalb dieser Erfassung, also dieser Halterung. Und das ist nochmal der Blick auf den Schirm selbst. Zum Schluss noch die LB8, wo man, wie gesagt, den Schirm etwas besser sieht. Der Aufbau ist wieder identisch. Ich habe mein gut geschirmtes System, meine Glasisolationen, die Get-Up-Pfanne, die Klammern, die die Röhre in dem Kolben fixieren. Auch diese Röhre ist von der Wehrmacht geprüft worden in der 50. Woche 1944. Derselbe Sockel, also derselbe Schnellwechselsockel. Die Glasstäbe. Auch hier nur ist die Kathode zu sehen, beziehungsweise die herausgeführten Heizungen. Auch sehr interessant ist die Glasperlen, die als Halter fungieren. Die aufgestanzte Seriennummer in der Röhre. Hier ist die Seriennummer besser zu sehen. Auch die Halterungen der Glasperlen. So, und hier sieht man jetzt sehr schön die Kunststoffeinlage. Diese kann herausgezogen werden. Hier ist der Griff zum rausziehen. Die Röhre ist leider schon so alt, dass schon die Platte so weit verstaubt ist, dass ich die Röhre, die Platte nicht mehr ohne Gewaltanwendung rausziehen kann. Insofern habe ich sie nicht rausgezogen. Aber man merkt, dass sie schon Spiel hat. Also wenn ich ein bisschen mehr Gefühl zeige, wird sie rauskommen. Aber ich möchte jetzt die Platte nicht unnötig stabilizieren. Und gegebenenfalls kaputt machen. Insofern lasse ich sie dort, wo sie ist. Das ist eine Seitenansicht. Seitenansicht der Platte. Und der direkte Blick auf die Röhre. So, noch als letztes eine Wehrmachtsröhre. Nämlich Opelant 1.2. Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen. Die RK12 SS1. Diese Röhre wurde von Valvo produziert. Also wie gesagt, hier sind immer die Sockelbeschaltungen. Die Röhre ist auch eine ziemlich dicke Bertha. Also sie sieht jetzt schlank aus. Aber wenn man sie in der Hand hat, ist es auch schon ein ordentlicher Orschi. Die Röhre hat die üblichen Stempel der Wehrmacht. Bevor jetzt das übliche Gemäule kommt, in dokumentarischen und historischen Zwecken, darf ich das zeigen. Der Sockel ist etwas ungewöhnlich. Bei vielen Bildröhren wurde immer ein Ego-Trip-Sockel benutzt. Gerade bei Röhren der ehemaligen deutschen Wehrmacht. Da war es ein Sport, dass praktisch alle Röhren, egal von welchem Support-Hersteller, der Sockel geändert wurde. Nur um es in einen anderen Sockel zu machen. Obwohl teilweise die Röhren dieselbe Funktion haben. Nein, es musste ein anderer Sockel sein. Nur um zu zeigen, ich bin von Telefunken, ich bin von Lorenz, ich bin von Valvo, ich bin von keine Ahnung. Das ist wieder die Typenbezeichnung mit dem Rest der Seriennummer. Die Röhre hat leider schon ein paar Farbspritzer abbekommen. Und das Innensystem, unten ist die Kathode und dort ist sehr schön ein Verhalten zu sehen. Nämlich wenn bei Röhren, Bildröhren, die Kathode sich bläulich dunkelgrau verfärbt, hat sie schon eine sehr hohe Laufzeit hinter sich. Die Kathode ist schon stark benutzt worden. Die Kathode ist jetzt... Das sind noch die Detailaufnahmen vom System. Die Röhre ist auch, wie gesagt, großteils abgeschirmt, dass die Innereien des Systems nicht so gut zu fotografieren sind. Das ist noch eine Detailaufnahme vom Sockel. Das Datenblatt suggeriert so ein bisschen, dass diese Röhre auch im Betrieb zu wechseln war oder die Möglichkeit gehabt, einen relativ schnellen Wechsel zu machen. Ich habe es mal wieder vergessen zu sagen, in der Videobeschreibung sind natürlich alle Datenblätter verlinkt. Und auch die Bilder selbst, die sind natürlich im Browser dann etwas besser zu sehen, als jetzt hier nach der matschigen Videokompression. Und natürlich, das Video ist in 4K produziert. Also wer 4K sich anschauen kann, sollte sich das in 4K anschauen. Man sieht sehr viele Details, die man in der normalen SD-Variante dann nicht sieht. Hier sind auch schon die Klimaplatten zu sehen, die zur Stabilisierung des Systems selbst dienen. Das ist die Röhre am Stück. Man sieht hier auch wieder, wie dick das Glas ist. Das ist jetzt eine Detailaufnahme vom stabilisierenden Glassteg, sowie auf der rechten Seite die Get-Up-Pfanne. Nochmal die schon etwas ausgelutschte Kathode. Gut, verlassen wir mal die ehemalige deutsche Wehrmacht und gehen zu den regulären europäischen Typen. Und zwar fangen wir an mit der D5-100. Diese Röhre... Das Problem ist, ich habe von dieser Röhre 3 Stück und alle drei sind entweder mit Bandarolen zugeklebt oder irgendeine Schmier ist am Kolben. Also sie sind nicht vernünftig zu fotografieren. Diese Röhre wurde eingesetzt als Kontrollbildschirm in Kameras oder in Studiosystemen. Sowohl wer den Schuko-Elektronik-Kasten hat, nämlich die Osteroskop-Erweiterung und die Osteroskop-Fernseherweiterungen kennt diese Röhre. Die wurden nämlich dort als Bildröhre eingesetzt. Sie hat 5 cm Durchmesser. Man sieht den Aufbau des Systems, die sich von Telefunken produziert, also diese Variante. Hier ist die Kathode, der Wellnetzzylinder, die Fokussier-Elektrode, und direkt beginnt dann hier die vertikale Ablenkung und ungefähr hier ist die horizontale Ablenkung. Wie gesagt, das System ist leider nicht so gut zu fotografieren. Sie hat das Verhältnis 4 zu 3, also wie gesagt, für die Kontrolle von dem Fernsehsystem. Hier ist auch das obligatorische Getter zu sehen. Es müsste ein Zekonium-Getter sein, die Halteklammern, die das System im Kolben stabilisiert. Und die anderen Varianten haben, wie gesagt, die fette Banderole drum. Insofern ist jetzt diese Röhre an sich nicht so gut darzustellen. Machen wir weiter mit der DB7. Das ist auch eine Kleinröhre von Valvo. Sie hat 7 cm Durchmesser. hat einen 8-poligen Außenkontaktsockel und ist vom System sehr minimalistisch aufgebaut. Es gab eine ganze Reihe von solchen minimalistischen Röhren, auch unter anderem die amerikanische 913, zu der ich gleich komme. Man sieht hier, wie gesagt, die Kathode. Versteckt ist der Wellnetzzylinder, ungefähr auf der Höhe. Hier ist die Beschleunigungsanode und hier ist schon zu sehen die vertikale Ablenkung und hier ist die horizontale Ablenkung ungefähr auf der Höhe. Aufgrund der etwas begrenzten Anzahl der Stifte im Außenkontaktsockel ist eine Ablenkplatte mit der Anode verbunden, also mit der Beschleunigungsanode, Entschuldigung, der Grafitschicht. Das heißt, beim Design der Elektronik muss nicht darauf geachtet werden, dass natürlich dann die Ablenkspannungen entsprechend vom Potenzial passen. Das war ein oft benutzter Trick, um Stiftverbindungen einzusparen, indem man einer oder zwei Anschlüsse der Ablenkplatten mit dem Grafit-Schirm verbunden hat. Das ist jetzt nochmal eine Detailaufnahme vom System. Also man sieht leider nicht sehr viel. Was man sieht, ist das sehr dicke Glas und die Sicht direkt auf die Röhre. Und ich sehe gerade in meinem Spickzettel, ich habe eine übergangen, nämlich die DG3. von dieser Röhre gibt es auch ein Video. Das Video ist in der Videobeschreibung auch verlinkt. Das ist wieder die Röhre in Betrieb, das ist der Leuchtpunkt. Der Aufbau der Röhre ist ähnlich wie die andere, also auch sehr minimalistisch. Auch mit einem achtpoligen Außenkontaktsockel. Auch im Schaltbild sieht man, dass eine horizontale Ablenkplatte ist mit der Grafit-Schicht verbunden, um halt Kontakte zu sparen. Der Quetschfuß, der Pumpstutzen, das Ganze ein bisschen größer. Hier ist wie gesagt noch die Fokussierelektrode, der Ausgang und hier geht es direkt zur Vertikale Ablenkung. Dann geht es weiter mit der DH3-91. Die ist auch ein sehr ähnlicher Aufbau, allerdings mit Loktalsockel. Der Aufbau ist ähnlich, das ist auch eine kleine Röhre mit drei Zentimeter Bildschirmdurchmesser. Auch sehr kompakt aufgebaut. Man hat wie gesagt einen Loktalsockel. Auch hier ist wie man sieht eine Platte mit der Grafit-Schicht verbunden. 13, 20. Hier geht es hier weiter. Das ist jetzt eine Röhre mit 13 cm Durchmesser im Bildschirm. Die hat schon bereits den dicken Diheptalsockel, das heißt hier sind jetzt alle Kontakte rausgeführt. Und zwar diese Röhre ist speziell für Messsysteme gedacht, und zwar die Steuerplatten, also die Ablenkplatten, sind separat am Kolben rausgeführt. Das ist wie gesagt eine Produktion von Telefunken. Hier ist die Detailaufnahme vom System. Hier sind die Metallzungen, die das System im Kolben stabilisieren. Und hier wie gesagt die Außenanschlüsse für die Ablenkplatten. Das ist nochmal ein Detail an sich des Systems. Und hier ist der Getterring, der ist ja ganz wichtig. Das ist übrigens ein Hufeisen der Getter. Hier sieht man die einzelnen sechs Segmente des Systems. Hier ist der Übergang zu den Ablenkplatten. Nochmal die Einschmelzungen der Außenkontakte für die Platten selbst. Die Keramikstabilisatoren oder Halterungen, wie man sieht. Das ist der Außenknopf für den Anschluss der Beschleunigungsanode. Die Typenbezeichnung, die Leuchtschirm, der Leuchtschirm von der Seite und natürlich der Blick direkt frontal auf die Röhre. Die 13, 18, 14, genau. Das mündete dann bis zur Röhre mit 18 cm Durchmesser. Die auch schon einiges an Gewicht auf die Waage gebracht haben. Der besagte Knopf für den Anschluss der Beschleunigungsanode in die Grafittschicht. Die Systeme haben sich bei diesen neueren Röhren nur noch sehr geringfügig geändert. Sie sind fast identisch geblieben oder identisch aufgebaut. Aber hat nichts daran geändert, dass sie schwierig zu fotografieren sind, weil halt Spiegel. Das ist der Diheptalsockel. Die Röhre von vorne. Das Bild ist doppelt. Und von oben. Man sieht hier auch, wie gesagt, den etwas dickeren Rand an der Bildschirmfront zum Schutz. Machen wir jetzt mal weiter mit zwei DDR-Typen. Nämlich mit der B7S2. Sie hat sieben Zentimeter Durchmesser im Bildschirm. Die Röhre ist, wie gesagt, produziert. vom RFT-Werk. Sie ist vom Aufbau her eigentlich wie alle modernen Röhren. Also man sieht die indirekt geheizte Kathode. Die Wellnetzzylinder. Die Fokussier-Elektrode. Und die Beschleunigungsanode. Entschuldigung, die erste Anode. Und die Ablenkplatten. Die Eingestanz. Die ganze Seriennummer. Die Detailaufnahme vom System. Die B7S2 war auch gedacht für kleinere Oszilloskope. Hier ist auch zu sehen der Außenanschluss für die Offit-Beschichtung. Die Röhre komplett. Und der Blick auf die Front. Ähnlich ist die B7S4. Diese ist allerdings etwas anders ausgelegt. Und zwar sie ist ausgelegt für eine höhere Beschleunigung. und somit ein schärferes Bild. Das Problem ist, je langsamer der Elektronenstrahl ist, umso unschärfer wird das Bild, weil natürlich der Elektronenstrahl seine Fokussierung verliert. Und es ist sinnvoll, den Elektronenstrahl so schnell wie möglich zur Bildschirmfront zu prügeln. Im Basen des Wortes, um halt ein möglichst scharfes Bild zu erhalten. Und diese Röhre benutzt halt wieder eine höhere Beschleunigungsspannung. Auch vom RFT-Werk produziert. Man sieht hier oben, wie gesagt, die Kathode, den etwas versteckten Wellennetzzylinder, die Beschleunigungsanode und die beiden Fokussierelektronen. Und dann geht es hier weiter mit den Abdenkplatten. Ich versuche in die Röhre zu filmen, aber wie gesagt, das klappt nicht immer. Das ist die Grafitbeschichtung, der Außenanschluss. Diese Röhre ist mit irgendeiner Art von Öl beschichtet. Dieses Öl ist klitschig bis zum heutigen Tag. Man kann die Röhre kaum anfassen, ohne dass aus der Hand rutscht. Und sie zieht staubmagnetisch an. Ich kann nicht sagen, was es für ein Öl ist, aber es ist irgendwie permanent. Interessanterweise aber nur bei diesem Modell. Ich habe von der Röhre mehrere Stück und sie haben alle diese besagte Ölbeschichtung. Das ist immer ein schönes Bild vom System und der Bildschirm selbst. Jetzt machen wir mal einen Sprung über den großen Teich zu den amerikanischen Röhren. Wir fangen an mit der 2AB1. Sie hat ungefähr einen Durchmesser von 2,5 Zoll und ist auch für kleinen Oszillografen ausgelegt. Diese ist von RCA produziert. Hat auch schon ein bisschen Lebensdauer hinter sich, weil die Kathode ist auch schon beschlagen. Sie ist leider auch gut geschirmt. Insofern ist das System nur sporadisch zu fotografieren. Beziehungsweise ein 11-poliger Mangalsockel. Mit etwas dickerem Glas. Das ist die Röhre von vorne. Jetzt geht es weiter mit der bereits schon angesprochene 913, von der es auch ein eigenes Video gibt. Das ist ebenfalls verlinkt. Die 913 ist halt auch eine Kleinstbildröhre, die eingebaut ist in einem Oktalsockel. Aufgrund der begrenzten Stiftanzahl sind wie gesagt zwei Ablenkplatten verbunden mit der Grafitisierung, also der Beschleunigungsanode. Das muss beim Bau und der Konstruktion entsprechend berücksichtigt werden. Ansonsten ist der Aufbau typisch Kathode. Der Wellnetzylinder, der ist hier als G bezeichnet. Die Fokussieranode, das ist P1 in diesem Fall. Und der Rest ist wie gesagt die Beschleunigungsanode und gleichzeitig auch die Grafitisierung für den Schirm. Die Röhre ist an sich optisch sehr unspektakulär, weil sie halt komplett eingekapselt ist. Das ist der Bildschirm. Das ist die Frontalansicht. Und das wie gesagt ist die Röhre in Betrieb. Man sieht als Schatten die Klimaplatte, die das System selbst hält und halt das Glühende Kathode. Und jetzt kommen wir noch zu einer amerikanischen Sonderröhre. Aber eine Röhre für zwei Strahl-Oszilloskope. Diese ist produziert von Dumont und enthält zwei komplett getrennte Systeme. Und wie man schon sieht, die Röhre hat zwei Beschleunigungsanoden, die elektrisch miteinander getrennt sind. Nämlich das hier ist die Endbeschleunigung und das hier ist die Vorbeschleunigung. Die Systeme sind leicht schräg eingebaut. Haben aber auch den typischen Aufbau. Das ist die Beschleunigung, die erste Anode und das ist der Fokussierzylinder. Der zweite Fokussierzylinder, das Ganze gerade macht. Und dann geht es hier los mit der vertikalen Ablenkung. Das hier ist wie gesagt die Kathode mit dem Wellen der Zylinder. Man sieht hier das kleine Löschlein. Das ist die erste Anode. Das ist wie gesagt die Endbeschleunigung mit Anschluss und die Vorbeschleunigung mit Anschluss. Das ist ein Seitenbild des Systems. Mit beiden Systemen um genau zu gehen. Auch hier ist alles mit einem Glasträger stabilisiert. Und auch dort bei dieser Röhre sind die Ablenkplatten von außen mit einem separaten Kontakt zugänglich. Eine Seitenaufnahme. Hier ist auch das Getter zu sehen. Beide Getter. Eine Detailaufnahme von der Kathode mit Wellen der Zylinder und der Anode. Hier sind nochmal die Anschmelzungen der Kontakte für die Ablenkplatten. Ein Blick von oben. Man sieht hier die Anschlüsse der Heizer für die Kathoden. Die beiden Getterhalter. Versuch die Ablenkplatten zu fotografieren. Hier sind die Anschlüsse. Dann nochmal eine Detailaufnahme des Getters. Das ist der Sockel der Röhre. Und das ist nochmal eine Detailaufnahme der Anschlussstifte. Wie gesagt, die Detailbilder alle sind auf der Webseite verfügbar. Und das ist die Röhre, wie gesagt, von vorne. Und das ist die Seitenansicht. So, das war's mit den amerikanischen Röhren. Jetzt bleibt der letzte Punkt, nämlich die Spezialröhren. Dann machen wir mal direkt den Sprung über den großen, den ganz so großen Teich. Weil von Alaska bis zur bösen russischen Seite ist es nur ein Kerzensprung. Wir machen weiter mit russischen Röhren. Nämlich einer Speicherbildröhre für zwei Strahl-Ostiloskope. Nehmen wir mal die so lang. Von der habe ich leider kein Datenblatt. Von der habe ich leider kein Datenblatt von der Röhre. Aber das Interessante ist, dass es eine Bildspeicherröhre mit Hilfe einer Rieselanode. Das sind die beiden Systeme. Sie sind auch sehr typisch aufgebaut. Aber es gibt keine große Überraschung. Es gibt die Kathode, ein Wellnetzzylinder. Hier ist das Slashline. Die erste Anode, die Fokussierelektroden. Und darunter ist es eine Seitenansicht. Wir beginnen die Ablenkplatten. Auch hier sind die Ablenkplatten seitlich herausgeführt mit separaten Anschlüssen. Das hier ist eine Detailaufnahme der Ablenkplatten. Die Röhre ist auch beschichtet, das Glas. Der etwas violette Schimmer stammt von einer Beschichtung der Röhre. Ob es eine wasserabweisende Beschichtung ist, kann ich nicht sagen. Sie geht aber durch die gesamte Röhre hindurch. Jetzt nochmal der Ring mit den Anschlüssen für die Ablenkungen. Das sind die Ablenkplatten im Detail. Und das ist jetzt die Rieselanode. Die Rieselanode ist im Prinzip eine Anode vor der Anode. Der Elektronenstrahl wird auf diese Rieselanode projiziert. Die Rieselanode besteht aus einzelnen Segmenten, die voneinander isoliert sind. Und der Trick dabei ist, durch die Isolation werden die Elektronen festgehalten. Und die Anode, also die unten drunter sitzt, kann durch eine höhere Spannung diese Elektronen abziehen. Dass diese auf die Anode raufrieseln, Herr der Name. Und dieser Effekt kann eingestellt werden, indem ich das Spannungspotenzial der beiden Anoden variiere. Also je höher die Hauptanode, die die Loschschicht enthält, das Potenzial ist, umso schneller geht dieser Riesel-Effekt, dass die gespeicherten Elektronen auf der Rieselanode runterfallen zur Hauptanode und somit das Bild projizieren. Die Röhre ist spezifiziert, soweit ich in eine Erinnerung Erfahrung bringen konnte, für maximal 30 Minuten Speicherzeit. Die Röhre ist auch, das ist nochmal eine Detailaufnahme der Rieselanode. Wie gesagt, es sind über 40 Bilder und wie gesagt, die zeige ich jetzt hier nicht alle, weil wer es interessiert kann, wie gesagt, auf der Webseite sich die Bilder alle angucken. Zum Schluss das applikatorische Übersichtsbild. So sieht die Röhre von vorne aus. Und das ist die Konstruktion mit der Rieselanode. Als nächstes geht es weiter mit einer DDR-Röhre, nämlich eine Röhre zur Filmbelichtung, beziehungsweise zur DIR-Projekt, zur Abtastung. Und zwar zur DIR-Abtastung und Filmabtastung in Systemen, um einen analogen Film für Fernsehgeräte, also für die Fernsehwiedergabe elektronisch abzutasten. Die Röhre ist auch sehr lang, wird magnetisch abgelenkt. Sie enthält einen großen Sticker zur Warnung zur Implosionsgefahr, dass diese Röhre nur mit äußerster Flockfalt gehandhabt werden soll, um halt eine Implosion zu vermeiden. Die Röhre ist, wie man hier am Schaltbild sieht, einfachst aufgebaut. Sie enthält nur im Prinzip die Kathode, den Wellnetzzylinder G1 und den Heizfaden und mehr nicht. Alles andere wird extern über die Außenbeschaltung mit der Ablenkspule beschaltet. Entsprechend einfach sieht auch das Innenleben der Röhre aus. Nämlich nur die Kathode, die hier auch schon bläulich angelaufen ist, also auch schon ein bisschen Lebenszeit hinter sich hat. Und der Eingang, wie gesagt, zum System. Das ist der Sockel, das ist ein normaler Oktalsockel. Das ist die Beschleunigungsanode. Und das ist die Röhre von vorne. So, wie funktioniert dieses Spiel? Das ist ganz einfach. Die Röhre wird eingespannt in einen Filmprojektor, also das ist dieselbe Konstruktion wie ein Filmprojektor oder Diaprojektor. Und das Dia, also die Röhre liegt vor einer Optik, wo das Dia und der Film nur eingespannt wird und die Röhre projiziert das Fernsehbild regulär, wie es die Bildröhre darstellt. Allerdings natürlich nur als hellen weißen Fleck. Und auf der anderen Seite ist eine Vitikonröhre, die das Bild natürlich dann aufnimmt mit derselben Ablenkung, also gespiegelten Ablenkungen. Und somit ist es möglich, ein analoges Dia oder analogen Film elektronisch abzutasten. Dieses Konstrukt ist ein riesiges Monster, prinzipbedingt natürlich. Und ist eigentlich eine sehr gute Konstruktion und die einfache Möglichkeit Filmmaterial elektronisch zu verarbeiten. Weil das Problem war zur damaligen Zeit, es gab keine Videoaufzeichnung. Beziehungsweise es gab zwar schon die Vorgänger der Videoaufzeichnung, die waren aber noch qualitativ zu schlecht, um halt im größeren Stil benutzt zu werden und vor allem auch zu teuer. Deshalb war die analoge Filmabtastung die bessere Wahl. Und dafür wurden dann diese Röhren benutzt. Und zum Schluss, ne ganz zum Schluss, wir haben noch eine Spezialröhre von AEG. Nämlich diese hier. Das ist auch eine Zweistrahlröhre. Beide Systeme können voneinander getrennt benutzt werden. Weil bei einigen Zweistrahloszloskopen war das Problem, dass in der Bildröhre die horizontale Ablenkung identisch war. Also beide Systeme mussten über die beide dieselbe horizontale Auflösung verfügen. Und bei dieser Röhre ist es aber möglich, beide Systeme getrennt zu beschalten und somit auch mit getrennten Frequenzen zu arbeiten. Das System ist, wie gesagt, sehr konventionell aufgebaut, auch wenn es etwas monströs aussieht. Das ist die Kathode, der Wellnetzzylinder, die Beschleunigung und halt Fokussierelektroden bis hin zu den Ablenkplatten. Man sieht hier unten, alle Drähte sind über den Sockel eingeführt. Entsprechend groß ist der Sockel, also die Drähte wurden auch in der Produktion schon nummeriert, dass beim Zusammenbauen kein Fehler passiert. Das ist noch eine Detailansicht des Systems. Das sind beide Systeme. Das Ganze ist auf einer Keramikplatte fixiert. Das ist jetzt ein Versuch, die Ablenkplatten selbst zu fotografieren. Das ist so ein bisschen gelungen. Das ist der Bildschirm. Das Interessante an der Röhre ist der Sockel. Dieser macht auch den Eindruck, als ob er ausgelegt ist, dass die Röhre relativ schnell gewechselt werden kann. Ich konnte leider keine Informationen darüber erfahren bringen, wo diese Röhre verbaut war. Sie muss wohl, ich sage jetzt mal, im Bereich der 40er Jahre produziert worden sein. Wäre nett, wenn jemand Details kennt. Das ist nochmal der Quetschfuß, der etwas dicke Quetschfuß. Das ist nochmal der Quetschfuß. Also die Röhre ist schon komplex im Aufbau. Hier sind noch ein paar Detailbilder. Und das ist besagter Sockel. Wie gesagt, er macht den Eindruck, als ob es ein Schnellwechselsockel ist, dass es ein Gegenstück dazu gibt. Der Rücken des Sockels ist komplett blank. Das ist eine Pertilax-Platte. Und das sind die Kontakte. Hier sind nochmal die Ablenksysteme. Das sind die oberen Ablenksysteme. Ein Blick von oben in die Ablenkung. Und das ist die Leuchtschicht. Und frontal. Zum Schluss gibt es jetzt noch eine spezielle Bildröhre. Das ist eigentlich keine Bildröhre, sondern eine Projektionsröhre. Die MW6-2 von Valvo. Diese Röhre war in Produktionssystemen eingebaut, die es in der Tat schon Ende der 50er Jahre gab. Diese Röhre wurde mit einer sehr hohen Hochspannung von ungefähr 70.000 Volt, 50.000 bis 70.000 Volt Annotenspannung betrieben. Hat insofern einen isolierten Anschluss, also einen elektrisch isolierten Anschluss. Die Röhre ist komplett mit Grafit beschichtet, auch von außen. Um halt Überschläge zu vermeiden. Sie hat einen 5-poligen Außenkontaktsockel. Enthält auch außer der Kathode und dem Wellenzylinder keine Elemente. Also die gesamte Steuerung wurde magnetisch von außen erfolgt. Das ist der Leuchtschirm. Und die Röhre wurde so hell betrieben, dass sie nur eine Betriebszeit von ungefähr 100 Stunden hat. Also die, die jetzt immer maulen, dass ihr Video wie immer nach 2.500 Stunden die Lampe ausgelutscht ist. Die sollen sich nicht so beschweren, weil die ist nach 100 Stunden fällig. Es ist leider im Bild nicht gut zu erkennen gewesen, also zu fotografieren. Aber man sieht schon Einbrennspuren der Projektion auf der Röhre. Also sie hat schon ihre Stunden hinter sich. Das ist immer ein Detailbild zur Anode. Und das hier auch. So, ich habe gesagt, das hier ist ein Notvideo. Und trotzdem sind es jetzt schon mehr als eine Stunde geworden. Ja, was soll ich sagen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das nächste wird hoffentlich das Hochspannungsnetzteil. Das sollte jetzt Ende dieser Woche kommen. Also die Platten, die Gehäuseplatten. Und schauen wir mal, was passiert. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und bis bald.